Es gibt viele Möglichkeiten, schlank und fit zu werden. Die besten jetzt im Mediashop. Bekommen Sie wirklich das Ganze? Toll, was für ein wunderschönes Kleid! Würden Sie ein halbes Kleid kaufen und tragen? Dann frage ich Sie, würden Sie Ihre Bauchmuskeln mit irgendwelchen elektronischen Geräten trainieren, wenn Sie mit dem Up-Energizer wesentlich bessere Ergebnisse erzielen? Egal, was Sie gerade machen, Arbeiten, Freizeit, was auch immer, Sie trainieren ständig. Trainieren Sie die oberen, unteren, linken und rechten Bauchmuskeln in zehn verschiedenen Intensitätsstufen. Sie brauchen mindestens zwei Stimulatoren, um das Gesäß und den Rücken zu trainieren. Rufen Sie an und Sie erhalten einen zweiten Stimulator und das nötige Geld dazu, gratis zu Ihrem Up-Energizer. Na, was sagen Sie jetzt? Haben Sie schon angerufen? Einen zweiten Stimulator, wenn Sie das�� Untertitelung des ZDF, 2020